voll meine nase ich bin so müde von der letzten folge ihr lieben ja ihr lieben und damit herzlich willkommen genau deswegen bin ich schon müde willkommen zurück zu einer weiteren folge von raft ich hoffe die karte hat sich ein bisschen beruhigt ich hoffe sie sinkt nicht mehr wieder und ich würde sagen wir starten zur nächsten insel und ich würde sagen ankerlos mach doch was du willst aber dann macht das ich weiß es nicht guck mal zum blauen wollen wir zum weißen ding alter zum blauen wollen wir nicht du kannst die grünen ansteuern ja weiß ich wo wir sind in der mitte du mal aber kannst mich trotzdem kapitän denn ich habe nicht genügend um ich muss aber ich habe nicht genügend um ich muss aber die teile sicher packen wir haben schon lange kein schandenlaufen mehr gemacht ja dann ok leg mal los lass die viecher oben in ruhe nimm doch meine kalli das ist uncool die wundervoll sie macht den schande 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 s angesagt und dafür noch eine ehrenrunde schande 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 die schande dreifach schande. Mahleeeey! Schande, 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 schande. Schande, schande, ich habe mich stehen auf ein Fleck. Schande, schande, schande! Schande, schande, schande! Journalistisch, Schande! Das kann gut, das habe ich doch gesagt. Beatyschen, ey. Alter. Du hast Hunger, wa? Da bist du ja. so die elia hat einen schand aufgemacht alter kotz oh mein gott ich habe gewusstet wofi dabei krass guck mal mod beutel ich sehe dich ja wir drehen uns schon wieder ah beutel sehe dich immer noch beutel alter könnt ihr vergessen so was denn vergessen irgendwie dreht sich der wind mit uns jetzt nehmen wir fahrt auf arsch war haben wir gerade aus oder fahren wir rückwärts wir fahren zeitlich ja lebt damit kann ich ja was trinken ist ja voll ruhig kalli kann immer nur meckern oder beutelchen ja da freut sie sich wie eh und eh freut sich das beutelchen drüber ich habe schon wieder um ich glaube ich brauche was größeres was gut auch nicht denke ich ist er grad diesbaut ähm wie könnte uns eigentlich überlegen alter du willst denken ja irgendwie auch nicht ne also ich denke mich mit auf jeden fall ist mir so anstrengend wie eh und eh denk mal denk mal denk mal denk an eh du ne also du fertig gesagt oh da lässt die kalli den kopf hängen lass dich den kopf hängen ich finde salzwasser hier auch aber sowas von was und wasser hintendron alter wüste und und jede menge holz befriedigung auf der seite hier ähm ich glaube wenn wir lenken müssen wir nach den tieren gucken wieso weil die kallina so ein bisschen gerade verpackt war oh nein ich wollte von der großen insel eigentlich noch erde mitnehmen naja egal du aber ich hab doch erde oder sonst ach warum hast du hier drüben nur hm das werden wir gleich mal ändern wer wo was drüben was das werden wir gleich mal ändern dann bekommt das vier hier noch ne dritte hm ja 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 und ich sammel ganz wenig zeug ganz wenig zeug ganz wenig zeug so geh ich mir wieder auf den sack alter sinkt die schon wieder bäutig hier wie kann doch wohl nicht wahr sein was hat die enttos mit einer seite mal ab hier nicht so altkuckigen beutelchen ich werde mich gleich mit dem hei ich bringe Mach mal. Mach mal. Mach mal ab hier, Mann. Weg! Alter, was war das? Das war scheiße. Ja, das war besser. Ich habe eine Backkartoffel. Geil. Warte mal. Sehr schön. Warte mal. Ich habe einen Stein. Ah, ich habe gedacht. Das war gut. Oh Gott, wirklich? Ja. Warte mal. Backen wir jetzt die Backkartoffeln oder lassen wir die Backkartoffeln? Ich weiß nicht, was du mit die Backkartoffeln machst. Genau die Leute. Ähm, naja, wegen unserem Mutter-Dingsbums-Gedöns. So, keine Ahnung. Hab ich schon das ganze Metall eingeschmolzen? Du. Backkartoffeln. Irgendwie fehlt mir wieder Metall. Ich weiß nicht, was ich hier ständig mache, ey. Ah. Und die Brühe. Na, 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 na. Ach. Ah, ich häng fest. Wie zu kurz nahm ich festgehalten. Haha. Fetter Leben. Uh. Heute ist los. Du kannst mich mal derbe. Am Pro. Beutelmann. Noob noob noob. Äh, noob noob. Noob noob. Noob noob. Noob noob noob. Hmm. Dicke fisch. So, müsste bald ne Insel auf der linken Seite der Betsy kommen. Wo ist denn links? Da, wo ihr gerade steht, ihr Noobs. Mit L. Hier ist Holz. Oh, Holz. So, ähm. Den Viechern geht's so weit. Kali nicht mehr. Blätter mit P. Ich weiß nicht, was mit der Frau los ist. Leute, ich weiß nicht, was mit der los ist. Ich auch nicht. Ich glaub, der Bier im Kopf tut dir nicht gut. Ach, der ist klasse, Mann. Mhm. Hier, Sauerstoff. Oh! What? Mit Haar! Alter, jetzt reicht's aber. Alter, ja, bitte! So ein rotes Ding hab ich gesammelt. Kein Problem. Ich bin stolz auf dich. Okay. Will jemanden ins Wasser schubsen? Wer bietet sich an? Freut ich hin? Der Hai hat hier hinten was kaputt gemacht. Voll. Wer hält denn sich hinten auf, hm? Elia? Hm? Hm? Wer wohnt denn hier mit auf dem Floß? Ich nicht. Ich wohne vorne. Hinten ist nicht. Echt jetzt? Ein bisschen, ja. Nein, mein du doch nicht. Raumschwipp vorbeu. Nein, fass mal. Oh! Ich bin nicht mehr quii. Hihi. Geil. Bietschen! Du bist ein... Hi, Hoppen. Hey, ha, ha. Oh, noch so ein großer Fisch. Fischchen auf das Schiff. Stopp nicht mit dir, Elia. Ach, stimmt. Wir brauchen ja Rohkost. Ja, deswegen nicht alles verbrutzeln, noobs. Ja, ups. Nicht krieg dir Schissen. Hi. Ja? Hinten rechts. Ah, so schnell bin ich gar nicht. Ich komme. Aber dann hat er schon weggeknabbert. Ist er schon weg? Ich hab's geregelt. Na süß, dann regle das doch mal, ey. Hab ich doch mal. Oder nicht immer nach anderen, ey. Was schlitzst du eigentlich von mir? Du wohnst doch hier auch drauf. Also mach doch mal was. Ja, angehen. Faule Stück, du. Alter, Klamme. Was? Ich hab Durst. Ja, mit A. Genau, und ein H. Alter. Alter, das ist so mühend. Ah, ich werde ein Halsschmerzen haben, ihr lieben, lieben Dill. Na Gott sei Dank. Werde mir vorher abquietschen. Für euch. Ah, da geht's schon los. Ich wusste mich räuspern. Guck mal, sammeln, 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 sammeln. Alter, wer hat die Leiter hier nicht gestellt? Treppe meinte ich. Sammeln, sammeln, sammeln. Alter, ich? Ich hatte den Hammer in der Hand. Gar nicht gescheckt. Warte mal, was hab ich denn? Ich hab hier schon wieder irgendwas, was ich hier und so... Ich hab hier schon mal getrunken können. Ähm. Regel das alleine. Insel voraus. Groß, klein, mittel. Insel, ja, zu spät, ey. Musst du schnell eine Tastnau beuteln, ey. Was stimmt nicht mit dir, Noob? Ach, das ist schön. Einfach Bilder filmen. Ich dachte, ich fing hier. Hat die gerade was gespürzt? Was? Ich lach nicht wegen dir. Gelacht? Da musst du lauter lachen, damit's auch durchkommt. Ich hab gelacht? Achso, ha ha ha. Ha. Ja, das kam durch. Hast du Scheiße gebaut? Ach, doch nicht. Ist das eine andere Insel? Es ist eine... Äh. Es ist eine große. Ja, Leute, was ist es? Insel mit I. Hätte auch, wenn's so zu quietschen. Fett. Ja, stimmt. Alter, was ist... Ach, das ist wieder... Werdel? 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 So, ich glaub... Ich hab glatt gesammelt. Wir kommen gut drauf zu. Ähm. Herzlichen Glückwunsch, ey. Arz ist die Seele. Was? Arz? Schwarz ist die Seele von der Kalli. Schwarz. Wie denn? Oh, ja. Tüt, 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 tüt. Tüt, tüt, tüt. Soll ich mir so'n Gockelhuhn auf den Kopf ziehen? Nee? Weil das deine Sorte ist. Nee? Aber sowas von. Aber nee? Aber sowas von. Pusten. Mein Beileid. Ich glaub, ich seh Honig. Honig? Warte mal, ich glaub, ich muss echt ein bisschen mehr loswerden hier. Sonst wird nichts mitsammeln. Den Rotz. Rotz. Rotz ist los. Wollte ich nicht, glaub an dich. Ja. Warte, auf dem Tisch gibt's frische Tisch. Lalalalalalalala. Uh, Backkartoffeln. Geil. Na? Schwächelt man schon hier? Nein. Na, hustet man? Alter, ja, ich hab den Knopf verfehlt. Sorry. Hab ich ins Ohr gehustet? Ja, also ich hab's noch vernommen. Und, war's nervig? Ja. Stickefisch! Beutemann, guck mal hier, Stickefisch. Ein kleiner. Alter, du hast ja auch die gleichen Stickefische da. Das ist ja eklig. Ja, auf dich. Was? Was schüttelst du dich denn? Alter. Du musst Pflanzen essen. Du bist ne Sau. Hm. Mhm, 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 mhm. Was war das? Ihr Lieben, Lieben. Komm mal hier nochmal rein und sehen, dass so gut. Keine Ahnung, warum ich das gerade mache, aber, ähm, egal. Oh, ihr Lieben. Auf die Ösel! Gut, das reicht erstmal. Hi. Hi, Beutelchen hinten. Bei unserem Motor. Oh, na, 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 na. Hat er schon wieder fertig geg... Hab's, hab's gerettet. Ach, was? Hab's gerettet. Na geht doch, man regelt das doch mal alleine. Ey, wisst du, man kommt und dann hast du schon längst wieder hier regelt. Was soll denn der Scheiß hier? Ist recht. Warte mal, wo hab ich jetzt gesoffen? Scheiße. Hm, ich hab's vergessen. Ich war doch gerade hier. India, ich hab hier irgendwo gesoffen. Oh, oh, oh. Ich sollte einen Kerker hier hinbauen. Ich sollte... Ah, guck mal, hier hab ich draus getrunken. Ich sollte einen Kerker hier hinbauen. Ich glaub, es wird dunkel, geil. Wir sind hier, ey, und es wird dunkel, ey. Was soll denn der Rotz? Beutelmann! Kerker. Genau. Was? Kerker. Ich hab grad was ganz anderes verstanden. Ich will ja nicht wissen, was du verstanden hast. Das... Sag ich lieber nicht. Alles klar. Kannst du mir halbwegs schon vorstellen? Mit... Und sie fängt an zu kichern, Leute. Das bedeutet, Kali baut scheiße. Oh, ich geh jetzt auf die Insel voll krass. Bin auch schon auf der Insel. Warte, schön aufpassen. Ach. Was? Ach. Ähm, ein Löffelchen mitnehmen. So dunkel. Was singen wir mit? Oh, was der Mond schien, helle. Als ein Fuchs. Ich blitze schnelle auf die Insel ging. Kennt diese Person nicht. Oh, guck mal. Hier ist... Hier ist Schlitzritz. Aber das Aufspringen... Elia, Elia. Hier kann ich durchgucken, da ist ein Pilz. Echt? Mit P. Da müssen wir hin. Alter, guck dir mal die Betsy. Die sieht aus wie... Weiß es nicht, ein Weihnachtsbaum. Nur nicht wie ein Baum. Sondern... Ja, stimmt. Hast du die Dinger um eingelassen? Ich weiß ja nicht, ob die immer leuchten. Leuchten die immer? Ja. Gut. Hätte ja sein können, dass du das Teil da um eingelassen hast. Und wenn, dann geht es irgendwann aus, weil die Batterie dann leer ist. Alter, du hast es angelassen? Nein, hab ich nicht. Gut. Elia. Hier lang. Hab ich es angelassen, Leute? Elia. Was denn? Komm hier lang, Mann. Angst. Dunkel. Wohnschein. Na dir, bleib lieber weg. Du bist ja noch gruseliger, wenn du da bist. Was hab ich denn? Wo bist du denn, verdammte Axt, Alter? Hier. Hier. Oben. Also, hier. Alter, ich laufe gerade wegen der Linken nach links und rechts, das ist ein bisschen uncool. Hier, 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 guck hierher. Dein Kopf, Alter. Alter, sag doch, deine Seele ist so dunkel, so schwarz wie die Nacht. Oder wie ich dich so schön sehe. Bitte, ähm. Der Boot, bitte, ähm. Wenigstens kann sie buchstabieren. Buchstabier den Scheiß nicht. Ich sag du, ähm. Und da rennt Kalli an irgendwas vorbei. Bären. Guck mal, hier ist was. Guck mal, das hab ich auch schon. Ich weiß nicht. Und Kalli hat garantiert keine Axt mitgenommen. Nein. Warum, für Bäume? Ja. Und alle kannst du denn, ja, die kannst du nicht umhauen, die hier stehen. So. Aber andere. Ja, genau. Da kreist der Vogel, ey. Plädel, Mann. Warte mal, haben wir überhaupt Platz? Ich hab nur noch einen Platz. Warte mal, was ist das denn? Brauchen wir rote Bären? Moment, wusten. 2 Platz. Elion. Was machst du denn da unten? Na, nach unten gehen. Da ist auch ne Sau. Da ist ne gestreifte Kalina. Da ist noch ne Sau. Oh Gott, das sind so viele Säue. Die Sau kommt. Aber wir haben Machete. Was hab ich denn jetzt gemacht? Da ist sie ges... Ich will die haben. Hä? Elion. Die Sau schleift mich mit? Ja. Schleift mich schon wieder mit? Wo ist sie denn? Ich hab's jetzt so oft hier... ...bettelt, Mann. Hier zwei? Edia? Bist du mit hier? Ja, ja. Ich bin noch bei dir. Und ich muss mal ganz kurz ausweichen. Eine Sau. Ich hab die Vollmarite. Alter. Alter. Das heißt, ich konnte nicht alles nehmen. Geh, warte. Da! Geschickte Kalina! Von links nach rechts! Ich bin gleich tot. Scheiße. Ja. Dann weg. Ich bin weg. Der Vogel ist ja auch noch da. Ich kann es nicht einsammeln. Immer schön in Bewegung bleiben. Wir sollten wieder zurück, die Taschen hermachen und dann uns den Vogel schnappen. Was meinst du? Ja. Der Vogel kommt. Alter, ich häng fest. Dann... Ich bin nur noch schnell in die Höhle hier rein. Oh, boys. Hüppelt. Die müssen wir mitnehmen. Können wir die mitnehmen? Können wir die mitnehmen? Ja, 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 ja. Ich habe noch, glaube ich, ein bisschen was. Die Kalina will ich auch haben. Und Beutelchen wird sich eh tierisch drüber freuen. Vermehrt euch! Vermehrt euch! So. Ab zum Dingsbums. Ja, schön, dass du dich einsalbst. Ich rede nicht mehr mit dir. Warte doch mal, ich wollte dir was abgeben. Aber ich glaube, ich habe keinen Platz mehr. Doch, ich habe einmal Platz. Oh, hier geht's weiter. Habe ich hier noch ein bisschen Scherde vielleicht? Nee, aber doch. Ich habe aber gar keinen Platz mehr. Drei Mal Spiere habe ich noch. Oh, das ist Erde. Gut, Kali rege geht das. Soll ich das auch machen? Hast du noch viel Platz? Weil ich kriege das nicht. Oh, da kommst du hier hoch. Ich bin da, genau. Mach du das. Hab ich. Cool. Gut, lass uns... Alter. 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 Ich habe es gesehen. Hey, 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 hey. Egal mal Hai. Hey, Haiya sind nicht besonders intelligent, oder doch? Naja, dieses Exemplar hier nicht, ok? Zum Schimpchen. so diese kalina die holen wir uns die holen wo ist das boot hier doch nicht auch mal nicht total beschissen ja da wie leuchst du dich noch mal mit hätte auch war ich jetzt keine ahnung weg von unserem schiff nein nein doch nicht ich sag dazu einfach nichts warum ich war immer so langsam gewesen ja aber ich würde sagen wir rüsten uns auf wir schnacken noch was und dann holen wir uns die kalina ihr lieben und deshalb würde ich sagen vielen dank fürs zusehen und bis zur nächsten folge bis zum tschau tschau